Apropos Zapfwellen, das ist beim Car genial gelöst und ganz einfach. Vier Zapfwellengeschwindigkeiten und Zapfwellenautomatik. Ja, Sie haben richtig gehört. Das ist Technik der Großen und die gibt es beim Acrotron Car auch. Bedienung griffgünstig positioniert. Ideales Verhältnis Zapfwellen zu Motordrehzahlen. Alle Zapfwellen liegen perfekt im Konstantleistungsbereich. Die Sparzapfwellen arbeiten am Punkt des niedrigsten Verbrauchs. So ganz nebenbei. Die Anordnung der Bedienelemente ist erster Klasse. Die farbliche Zuordnung unverwechselbar. Die Anordnung ist übersichtlich. Die Bedienung ist einfach und schnell verständlich. Selbst bei Dunkelheit findet man sich gut zurecht. Zurück zur Zapfwelle. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017